Ich habe eine ganz kurze Frage oder Anmerkung. Alles das, was Sie beschrieben haben, Frau Jelbke, Verfolgung von Homosexuellen, Unterdrückung von Frauen und dergleichen usw. Hat das Ihrer Meinung nach irgendetwas mit dem Islam zu tun? Möchten Sie darauf antworten? Offensichtlich nicht. Dann fahren wir in der Debatte fort. Das Wort hat die Abgeordnete.